Aufstehen! Los, raus aus dem Bett! Du faune Socke! Los, komm! Wir stehen endlich... Oh, warte mal, was ist das denn? Oh nein. Oh nein. Was ist das, Flo? Ähm... Ja? Moment. Ist das irgendwas von den Aliens? Ist das hier runtergefallen? Was soll denn das sein? Warte mal. Vielleicht? Zack. Können wir hier? Zack, ja, so kommt man drauf. Hey, wie bist du so? Moment, ist das ein Dino-Schädel? Da ist noch einer. Oh Gott. Wir sind in der Dinosaurierwüste gestrandet. Und da ist ein Turm. Okay, da können wir gleich mal langschauen. Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Willkommen zurück auf unserer Monsterinsel. Heute Nacht werden uns angeblich 1000 Creeper angreifen. Ich bin gespannt, wie das so läuft. Flo, hast du dein Anti-Creeper-Ambulett dabei? Ich hab mein Anti-Creeper-Ambulett an. Ja. Warte mal, gibt's die auch für Mädchen? Ähm, muss ich nachfragen. Muss ich vom Kunden sofort anrufen. Ja, kannst du das mal machen? Das ist wichtig, wenn die heute Nacht angreifen sollen. Hast du ein Telefon? Oh, Karotten. Äh, ich hab, nein, ich hab kein Empfang hier. Tut mir leid, wir sind hier gerade in der Wüste. Ja, nein, nicht. Falls es dir nicht aufgefallen ist. So, warte mal, wir ziehen erstmal unsere Sachen an. So, ich hab hier Easy-Schuhe. Die sind natürlich viel schicker als die von Flo. Ähm, Wasserflaschen? Was sollen wir mit Wasserflaschen, lol? Ach, weil wir in der Wüste sind wahrscheinlich. Dass wir was zu trinken haben. Ja, gut. Ha, eine Wassermelone, ich hab schon Wasser. Hast du gut eingepackt. Ähm, hier haben wir noch eine Goldhose. Und, äh, Eisenschuh brauche ich nicht. Aber die Goldhose ist nicht an. Die finde ich eigentlich immer ganz... Was war das? Feuerstuhl? Danke, aber wieso? Okay, und Enderperlen sind hier. Wenn es heiß wird, dann neigt man mal dazu zu brennen, ja. Das kommt schon mal vor. Auch in Österreich. Was? Du fängst einfach spontane Selbststände zu nukle, oder was? Ja. Passiert das öfter in Österreich? Ja, manchmal. Kann schon vorkommen. Da hinten ist so eine Art Turm. Aber warte mal, was liegt denn da? Da liegt, glaube ich, da liegt ein Skeletch. Wo? Das ist schon mal wieder ein schlichtes Zeichen. Hier, guck mal. Wachtturm der Oase. Und hier liegt so ein Skelett und das ist ein Buch. Steht da was? An künftige Abenteurer. Die Creeper pilgern einmal jährlich zur Oase und zerstören alles. Ihr müsst sie stoppen. Baut eine Mauer und haltet sie ab. Wir sind gescheitert. Uh. Äh. Okay. Einmal im Jahr hat er geschrieben. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob die heute kommen. Die können auch in den nächsten 364 anderen Tagen kommen. Was machen wir jetzt? Wollen wir trotzdem eine Mauerbahn? Das essen? Ich hab Hunger. Gib mir was ab. Kartoffeln. Ja, lecker. Das ist nice. Ähm. Hier sind Sachen. Wo sind Sachen? Äh, Werkzeuge. Ja, guck mal, die in den Ofen hier. Werkzeuge? Was ist damit? Das ist ein Ofen. Willst du Enderperlen? Ich dropp dir mal zwei, drei Enderperlen hier, damit du auch welche hast. Ähm. Wir haben Spitzhacken. Eine Axt. Und ich weiß nicht, wozu brauchen wir eine Hacke? Hier ist Lava drin. Ich weiß nicht. Wo ist... Warte, was? Wirklich? Oh, voll cool. Das heißt, wir können damit so eine Lavafalle bauen oder sowas. Und ist hier noch was drin? Hier ist noch mehr im Ofen oder was das ist. Ist noch mehr Lava... Hast du da gerade Brot reingepackt? Warte. Zack. Und... Moment, wo führt denn der Trichter hin? Ach, egal. Keine Ahnung. Ja, gut. Ist hier noch was? Hier geht's hoch, glaube ich, noch. Ähm. Ich geht ganz hoch. Wächterschwert. Hier sind Blöcke. Echt? Bist du ganz oben? Ja. Ach, cool. Aber warte. Wolltest du mich da gerade einbauen? Hat wohl nicht geklappt. Hier sind Wächterschwerter und Ersatzwächterbogen und der Wächterbogen. Oh, der ist ja cool. Ich habe mir schon ein paar Blöcke rausgenommen. Okay. Nimm dir mal den Bogen aus der Kiste hier und die Hälfte der Pfeile. Das wirst du brauchen. Und hier ist, glaube ich, Rüstung. Wir haben hier eine Uniform. Ich nehme die mal mit, weil wenn wir angegriffen werden, die ist ziemlich gut, glaube ich. Ähm. Moment. Ich will sie haben. Auch die Hose, bitte. Dankeschön. So. Hört mich. Und oben sind Blöcke. Hast du da Fäden hingemacht? Seht ihr? Ja, das ist zum Schutz. Schutz gegen die Einbrecher. Gegen welche Einbrecher? Hier sind Blöcke. Ja, cool. Wir haben Steinziegel, Bruchstein. Ja. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Meine Schutzhose werde ich nicht rausziehen. Die bleibt schön grün. Verstärkte Steinziegel sogar. Ach, guck mal. Das ist doch nice. So, alles klar. Okay, mein Inventar ist voll. Nimm dir so viel Baumaterial wie möglich mit, damit wir hier ordentlich... Ich kann nicht mal mehr die Flasche einsammeln. Mein Inventar ist voll, Leute. Okay, dann gucken wir mal. Echt überall Knochen. Ähm. Ja, hier sind wirklich überall so eine Skelette. Aber guck mal hier vorne. Da sieht's voll... Ich weiß nicht. Oasenmäßig aus irgendwie, oder? Wollen wir mal schauen? Warte mal, da ist jemand. Oh, da ist jemand. Sind die... Ist die nett? Hier sind ganz viele. Hallo. Schönen guten Tag. Oh, die Blitzeln sogar. Ähm. Hi, wie geht es dir? Äh. Hallo. Seid ihr hier, um unsere bezaubernde Oase zu bewundern? Ja, das ist wirklich schön hier. Mitten in der Wüste. Voll cool. Hey, wie du magst keinen Schnitzel? Ja, wir sind wegen der Oase hier. Es tut mir leid, aber ihr kommt zu spät. Wieso denn zu spät? Heute Nacht greifen die Creeper an und werden wieder einmal alles zerstören. Wie, glaube ich? Also greifen die wirklich heute Nacht an? Ja, die haben ja geschrieben, einmal im Jahr kommen die Creeper und zerstören hier alles. Scheinbar die wunderschöne Oase hier. Ähm, können wir da nicht irgendwie... Wir brauchen ein Jahr, um alles wieder aufzubauen. Kommt nächstes Jahr wieder. Moment. Äh, ganz kurz. Wir können doch helfen. Flo, wir bauen einfach... Guck mal, hier wäre doch perfekt eigentlich, um eine Mauer zu bauen, oder? Was denkst du? Äh, das stimmt. Wir machen eine dreiteilige Mauer. Eine dreiteilige Mauer. Okay, du kennst dich scheinbar aus. Das kriegen wir hin. Wir beschützen die Oase. Wir versuchen es zumindest. Ist das okay? Na, wenn das so ist, nun gut. Hinten am Berg findet ihr einige Materialien aus dem Bergbau. Ich hoffe, ihr könnt uns beschützen. Wir geben unser Bestes, versprochen. Ja, wir geben wirklich unser... Ach, du fängst schon an! Okay, äh, dann... Ist es schon so spät? Ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt mal gucken. Sie hat gesagt, hinten am Berg... Jetzt müssen wir den Berg... Soll ich schon mal anfangen? Äh, warte mal. Ja, du kannst schon anfangen. Hier ist ein Flaschenschiff. BR Dave. Äh, hier sind überall so eine... So eine Bewohner von dieser Oase. Oh, hier sind Cupcakes. Oh mein Gott. Das sind Cupcakes. Richtig lecker. Damit können wir unsere Mauer, ähm, dekorieren. Dekorieren. Ja, das ist wichtig. Oh, warte, ich komme hier nicht raus. Das wird die bestimmt aufhalten. Das wird die Creeper aufhalten. So, ich bin, äh, mit der Enderperle ein Stück geflogen. Jetzt bin ich hier, glaube ich, tatsächlich an so einer Art Mine, Baumaterial. Flo. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja, wie wäre es, wenn du deine ganzen Cupcakes ausleerst? Ich habe keine Cupcakes dabei. Ich habe Schaufeln, eine Diamanthacke. Ich glaube, die brauche ich nicht mal so unbedingt. Aber Laub, damit kann man das hübsch gestalten. Und sogar Herzcurtains, also so Herzvorhänge. Brauchen wir die? Ach, ich weiß, wir können so einen Turm bauen, wo wir drinnen ausschauen. Und das machen wir so. Ja, wir können einen Turm, stimmt. Wir machen so einen Aussichtsturm oder sowas. Warte mal, ich komme mal zu dir rüber. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, was du hier machst, muss ich sagen. Respekt. Ja, das ist, äh, wobei, also, es ist gerade nicht gerade die effektivste Mauer, weil in der Mitte ist nur ein Block dick, fällt mir gerade auf. Also, das ist eigentlich nur eine Steinmauer. Oh nein, was Creeper angeht, die werden die doch zersprengen. Locker, easy. Ey, du kannst nicht nur, wir können wirklich eine Dreiteilige machen. Boah, du einfach noch eine. Ich baue hier vorne, kannst du hier vorne eine aus Holz bauen? Hier, weil wir haben Holz noch gefunden in dem Ding, so, dass da ein bisschen Platz zwischen ist. Ja, 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 mach ich mal. So drei Blöcke Platz und dann aus Holz und dann haben wir hier aus Stein. Ja, ich finde die schicke, das ist gut aus euch. Und finde ich allerdings auch, und dann mache ich hier hinter noch eine, so. Brauchen wir Fenster? Wie kommt denn hier hin? Fenster? Ja, ne, Türen wären gut, glaube ich. Ja, aber dann können die Creeper durch. Nee, die Creeper können doch nicht durch eine Tür. Oder? Egal. Ich weiß ja nicht. Egal. Ich fange jetzt mal an, ich mache hier einfach Mauerabschnitt Nummer drei hin. Und wir müssen oben irgendwie langlaufen können, dass wir, und eine Falle dazwischen. Weißt du, dass wir vielleicht zwischen die Mauern so einen kleinen Fallen setzen oder sowas. Ja. Hast du Ghostblöcke in dir? Ghostblöcke waren, glaube ich, auch in dem Ding. Sonst geh nochmal zurück und hol welche. Und wir können auch was mit Lava machen oder sowas, glaube ich. Unsere Base steht, würde ich sagen. Wobei, ist heute gar keine Base, das ist eine Mauer. Wollen wir sie mal zeigen, Flo? Äh, es sind drei Mauern. Da ist ein Hase. Oh Gott, da ist ein Hase. Oh nein, der wird doch, der wird von den Creepern zersprengt. Warte, komm mit. Wir bringen dich in Sicherheit. Ah, nein, ich habe die Leine wieder abgemacht. Komm, Gießchen, komm mit. Genau, hier geht's lang. Es ist komm, es wird dunkel. Ich kann nicht schneller, der Hase will nicht. Aber ich muss ihn dazu zwingen. Du musst jetzt mitkommen. Wir wollen dich nicht als Creeper-Futter sehen, weißt du? Oh, kannst du aufmachen, ja? Oh nein, ich hänge den Kopfwipps fest. So, komm mit. Hier lang, genau, da hoch. Schaffst du's, Hase, du kannst auch hüpfen. Ja, perfekt. Und jetzt hier durch. Können wir ihn mit reinnehmen, ja? Aber du musst ihn wieder zumachen. Äh, ich muss... Er war doch schon fast da, so, hier lang. Wo geht's denn jetzt rein? Äh, du musst aufmachen. Über dir. Äh, ist hier ein zweiter Knopf, sodass wir das von hier auch aufmachen können? Äh, warte. Äh, einen zweiten Knopf können wir... Ja, ich dachte, wir von innen brauchen wir eh nicht aufmachen. Okay, komm durch, Hase. Super, sehr schön. Oh Gott, der darf nicht in die Dinger da reinnehmen. Äh, Moment, hier lang? Wo geht's jetzt lang? Äh, hier hoch, eigentlich. Oh Mist. Okay, das Problem. Hier hoch, Hase. Komm mit. Ja, genau, hier lang. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, an der Seite einmal uns hochkämpfen. Ja, da kannst du auch hoch. Ja, ja, da kann ich... Und ich mach mit Cowboyz zu. Kommt der mit? Ja? Ihr zu schräg? Ja, super! Okay, es funktioniert. So, du bist gleich drin. Nur noch ein kleines Stück, da bist du in Sicherheit. So. Alles klar. Oh Gott, es wird schon dunkel. Na gut. Okay, pass auf. Ähm, der Hase, der bleibt jetzt hier. Ich... Äh, was soll ich jetzt machen mit der... Mit der Leine? Ähm... Ah, so, jetzt ist sie weg. Pass hier bitte auf den Haar. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Genau. So. Leute, passt auf. Wir haben... Oh Gott, da sind Creeper. Hast du sie gesehen? Oh mein Gott. Okay, Freunde, passt auf. Wir haben drei Mauern gebaut. Ich muss mein Equipment anziehen. So, erstmal, dass wir hier nicht allzu viel Schaden bekommen, wenn die Creeper kommen. Ähm, wir haben Enderperlen. Wir haben ein paar Heilungstränke und irgendwas noch nicht. Ich glaube nicht. Ähm... So, da draußen sind die Creeper. Die kommen jetzt hier wahrscheinlich durch langsam in Creeperwellen. Wir müssen gucken, dass sie hier nicht alles kaputt machen. Das hier ist die erste Mauer. Die ist aus Holz. Dann haben wir eine gemacht aus... Die kommen ein! ...dünnem Stein. Oh nein. Oh Gott. Okay, ähm... Und dann haben wir noch eine aus sicherem Stein. Warte, ich gehe runter. Ich verteidige unsere Mauern. Wo sind sie? Oh Gott. Habe ich ihn? Ah! Nein, da ist einer! Nein! Oh Gott! Nein! Pass... Oh, oh. Okay, ich glaube, es wird nicht besser, wenn ich hier rumstehe. Oh Mann! Geht zurück! Holzmauer ist gefallen! Wer... Was? Holzmauer ist gefallen? Meinst du wirklich? Oh nein. Äh... Komm ich hier durch? Ja, okay. Okay, okay. Egal. Wir sind durch. Steinmauer, Leute. Also, passt auf. Wir haben hier Spikes, die die Creeper abhalten sollen. Wir haben hier Fake-Blöcke. Da unten befindet sich Lava. Und hier ist unser Trampolin. Mit dem kommen wir weg. Ah, Flo hat das da alles gesichert. Ich komme auf die Steinmauer rauf. Ich komme auf die Steinmauer rauf. Ich hoffe, das klappt da. Zack! Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind da viele Creeper. Oh mein Gott, da sind richtig viele Creeper. Oh oh. Ähm... Warte mal, ich hoffe, die explodieren jetzt hier nicht, wenn ich hier bin. Äh, kann ich hier rauf vielleicht? Ja, nice! Ich bin auf der Holzmauer rauf. Ich kann hier... Nein. Nein. Oh Gott. Ah! Nein! Geh weg! Okay, alles safe. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht in die Stings rennen. Wo soll ich nicht hingehen? Nicht in die Falle rennen. Äh... Ne, ne, warte. Ich muss die Tür hier wieder hinsetzen. Falsche Tür. Oh Gott. Äh... Meine Falle! Äh, Trapolin ist hier. Okay, warte, ich komm hoch. Okay. Zack, bin oben. Alright. So, wie sieht's aus hier oben, Flo? Äh... Hier oben? Gut. Wo bist du? Ach, da. Wir haben vergessen, Turm zu bauen. Oh oh. Ähm... Okay, Leute. Also, äh, Steinmauer ist, glaube ich, jetzt zum Teil auch kaputt. Da unten sehe ich einen Creeper durchblitzen. Warte, ich geh mal schauen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen sind das viele Creeper da unten. Flo fällt bloß nicht runter. Gebläuert auf den Fuß. Ah! Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Help me! Was hab ich getan? Nein, unsere schöne Burg, ich bin runtergefallen. Kann ich mich hier irgendwie hochbauen? Bitte sag mir. Nein. Nein. Oh oh. Holy! Was mach ich denn jetzt? Wie komm ich jetzt wieder... Oh, Flo, wie komm ich zurück? Äh... Äh... Keine Ahnung. Oh mein Gott. Komm ich hier irgendwie durch? So. Äh... Hab ich noch Blöcke? Ja, warte. Sind noch Holzblöcke da? Äh... Oh nein, ich komm nicht über die Spikes. Oder so? Ja! Okay. Okay. Pass auf, ich bin in der Falle. Ich rette dich. Ich bin in die Lavafalle. In unsere eigene Lavafalle gefahren. Mann, diese Mauern, die sind so verwirrend. Ich komm nicht klar. Warte, warte, warte. Easy. Bleib, 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 wo du bist. Ich bleib, wo ich bin. Ich glaub, ich lock auf sonst nur die Creeper an. Oh nein, schon wieder. Hier, komm her zu mir. Ah, da bist du. Warte, ich bin da. Okay, ich brenn immer noch. Ich brenn immer noch. Okay, ist zu. Ich sag doch, die Lavafallen sind keine so gute Idee. Okay, aber ich glaube... Ich glaube, die Creeper kommen nicht durch die letzte Mauer, oder? Ihr seid sicher. Hab ich doch gesagt. Die kommen hier niemals durch. Oh, warte mal. Oh Gott, da sind ganz viele. Ähm, Flo, was machen wir mit den Creepern unter mir? Willst du sie abschießen? Wir geben ihnen... Wir... ...einen Geschmack ihrer eigenen Medizin. Yeah! Oh, was? Moment. Jetzt spring nicht unsere Mauer... Nee, die springt sich ab. Ist sie sicher? Ja. Ist sie sicher? Nice, unsere Mauer hält stand. Hab ich doch gesagt. Ja, cool. Alles klar. Das läuft doch schon mal ganz gut hier, würde ich sagen. Ich glaube, die Creeper kommen hier nicht mehr durch. Wir haben ultimative beste Arbeit geleistet hier heute. Wir holen jetzt nochmal die anderen Creeper, die hier unterwegs sind draußen. Ist gar kein Thema. Kommst du mit, Flo? Ja, ich geb dir Bogen. Die Oase... Du hast mich getroffen. Die Oase ist in Sicherheit, Leute, würde ich sagen. Und dann war's das wahrscheinlich auch mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft auf unserer Monsterinsel. Wir haben eine Mauer gebaut, gegen 1000 Creeper gekämpft. Wobei, ich bin nicht sicher, ob es 1000 fahren. Ich hab nicht nachgezählt. Und ich geb's zu, Leute. Es war nur 999. Mist, nur 999 Creeper hier heute. Egal. Freunde, das war's. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Oder gerne auch auf Flusskanal. Bis dann, euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta.